Hallo du, schön, dass du zu mir gefunden hast. Wenn dir mein Kanal oder meine Videos gefallen, drücke doch bitte den Abonnier-Knopf, den Like-Button und die Benachrichtigungs-Glocke, um über neueste Videos von mir informiert zu werden. Vielen Dank und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, Hallöchen, Puppechen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Server, Map, was auch immer. Und ja, das ist jetzt mal ein ganz aktuelles Video. Heute ist Mittwoch. Ich habe gesagt, heute am Mittwoch, den 13. wird mal wieder ein neues Video kommen. Die letzten zwei Wochen kam nicht so viel, weil Prüfungsphase und so, Prüfungsvorbereitung, was auch immer. Und ja, Theorieprüfung ist geschrieben. Fresse voll. Und jetzt schaue ich mal auf meinen Community-Server, was sich da so getan hat in diesen zwei Wochen. Gucken, was Naughty so getrissen hat. Okay, hier bin ich in meiner Höhle. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Aber nun gut. Das ist der Spawn, der Alte. Und die Musik ist mal wieder von B2E. Müsste man wahrscheinlich auch schon mittlerweile kennen. Das ist Ding aus dem Stream. Da hat Naughty irgendwas gemacht aus Seerosen. Was auch immer das ist. Und ein Himmelsding und der Fug, was habe ich denn jetzt? Schnelligkeit, Regeneration. Ah, hier in dem Rahmen hat er irgendwas gemacht. Okay, also. Müsste eigentlich gleich. Ja. So lange wie ich hier drin bin, wird es wieder aufgefrischt. Okay, den Spawn hat er ein bisschen. Nö, hier ist alles geblieben. Nichts anders. Na ja, ist ja schon mal ganz alt. Hier sind die Brücken aus den letzten Videos. Täuschen. Oh, das Ding hat er jetzt auch fertig gebaut. Jetzt hat der irgendeiner angefangen, der hier raufgejoint ist. Und hat es bis heute nicht zu Ende gebaut. Deswegen hat Naughty das übernommen. Okay, unsere Bäume sind hier auch gewachsen. Ja, wir haben irgendwie da aus dem kleinen Feld gewachsen oder hingekommen. Und ansonsten sehe ich hier keine Veränderung, wirklich. Oh, der hat es irgendwo anders gebaut, aber ich denke mal nicht. Da steht der komische Alpaka oder Pferd. Ja. Na gut. So hat er zuletzt dieses komische Ding hier gebaut. Und mehr sehe ich im Moment nicht. Joa. Mal gucken, was in der Kirche drin ist. Hm. Hat sich auch eine Chitane. Na gut. Gut. Gut dann. Ich dachte eigentlich, dass ich jetzt hier voll was getan habe. Aber anscheinend war er auch nicht so oft auf dem Server. Ich habe den jetzt nämlich 30 Tage laufen. Aber anscheinend hat er auch nicht so die Zeit gehabt. Oder Lust. Naja, mal schauen. Bis wohin der Strahle geht. Was ist denn da unten? Lava? Na fuck, wieso ist denn da Lava? Äh, was ist denn da? Also ich will es jetzt nicht kaputt machen, aber was ist das? Mal gucken. Vielleicht finden wir den komischen Stein ja hier im Mantar. Magma Block, hm? Ja. Warum auch immer das Ding da ist. Ich gehe in den Bonus Turm. Naja, eigentlich war es mal mein Turm, aber jetzt ist es, Alter. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war mal eine ziemlich kurze Folge. Dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Oder im nächsten Livestream. Je nachdem. Dann würde ich sagen, bis dahin. Wiederschauen, Reinhauen. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.